yo freunde herzlich willkommen zur feuerwerks einkaufstour 2022 23 ich habe richtig gehört es darf wieder feuerwerk geshoppt werden jetzt erst mal die vorstufe also jugend feuerwerk einkaufstour und ja ich war so in diversen läden einkaufen wie zum beispiel penny netto center shop und habe da richtig richtig feine sachen entdeckt ja musik seht ihr hier unten habe ich verlinkt ist von knalltrauma feuerwerk und zwar hat er richtig schöne raps also da ist leidenschaft pur emotionen und ja das ist einfach feuerwerk pur leidenschaft pur und das passt einfach richtig schön zu dieser jahreszeit ihr merkt es schneit schon etwas und ich will jetzt nicht so lange rumquatschen und deswegen geht es jetzt auch gleich ab viel spaß faszination dieses gefühl dieses kribbeln im bauch eiskalte luft schwarzpulver duft gänsehaut silvester feeling legendär silvester feeling legendär faszination dieses gefühl dieses kribbeln im bauch eiskalte luft schwarzpulver duft gänsehaut silvester feeling legendär silvester feeling legendär die begeisterung für feuerwerk wird niemals vergehen diesen funken hat man mir in die wiege gelegt um feuerwerk zu zünden es ist niemals zu spät ich reich dir die hand komm geh mit mir diesen weg von der ersten knallerbse bis zum funke verbund silvester feeling pur es geht mit uns richtig rund ich vermisse es das counter kaufrausch atemberaubend effekte magie den ganzen tag nur ja wie ihr seht ich war erfolgreich bei penny einkaufen einmal das light speed sortiment ist ein richtiger klassiker wirklich sehr sehr schöne fontäne auch hier mit einer strong also mit einer sehr starken pfeiffontäne und dann natürlich das veco smiley pack hatte ich ja vor kurzem erst getestet auch das ultra pack und deswegen das ist für 6,99 eine absolute empfehlung von mir sind wirklich sehr sehr hochklassige premium fontänen schon damals war bei uns siedel voll im trend voller stolz entschied ich mich für ein familiensortiment ich nahm rücksicht auch zu später stunde denn mein allerbester freund war ein schäferhund bevor mein opa starb sah ich feuer in seinen augen an silvester brachte ich ihn mit feuerwerk zum staunen ich rannte ständig rein raus um nachschub zu holen die nachbarn blieben cool denn sie kannten das schon papa sagte zu uns trink mal ein schai jungs falscher zeitpunkt wenns die ganze zeit rumst mit einem bruch der dunkelheit drehen wir komplett auf nach null uhr ist vor null uhr pyro kreislauf faszination dieses gefühl dieses kribbeln im bauch eiskalte luft schwarzpulver duft gänz out selvester feeling legendär selvester feeling legendär selvessa feeling legendär so das war mein einkauf bei netto und zwar von komet einmal den bengal mix in den farben rot grün gelb lila und blau bin ich echt gespannt wie stark die farben sind wie kräftig fallen und turbo brummer das ist sowas wie weko xxl riesenbrummer nur halt von komet die straße bebt der himmel brennt pyro herzen sind am glühen out of limits wenn die funken wieder sprühen egal was kommt wir werden wieder rausgehen raus sorgt für aufsehen wenn die beiden aufdrehen für viele sind wir abschaum freaks verbrecher klick zu stern es wird von allen seiten scheppern es macht klick klack badaboom bang bang an jeder ecke dieses jahr wird's heftig wie noch nie jede wette dieser tag gehört dem pyro volk ich ruf ein großraum taxi und mach jeden pyro stolz ich lass die lunte brennen und die sterne verglühen und jetzt sagen sie ich sei ne legende in berlin pyro jungs tragen narben mit stolz am kopf und zöhnen die tsunami auf gold am block das non plus ultra wir gehen in die geschichte ein 100 prozent pyropower alle pyros sind vereint boom 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 jetzt haben sie wieder zu tun denn die geister die sie riefen die werden nie wieder ruhen es macht boom zwischen hochhäusern boom in den gassen es macht boom boom auch hier noch mal mein einkauf ihr habt es ja gerade gesehen ich war gerade bei center shop da habe ich unter anderem leslie baby kacke dann die luft pfeiffer auch von leslie und hier das knallkraut crazy kraut von leslie ich verschwinde im weißen rauch vom weiß zu blau und jeder hier weiß genau dass ich zum überleben diese scheiße braucht es gibt ein paar gestörte die meins verbieten zu müssen doch wenn wir uns freien falten dann liegen sie uns zu füßen sie kommen und behaupten mit meistens der miesen lügen ich brauche nur so natürlich nach einer erfolgreichen klasse 1 einkaufstour kann es natürlich auch gleich und muss es natürlich gleich auch getestet werden anfang tun wir jetzt hier mit diesem leslie knallkraut erstmal ein und dann zwei also ich muss sagen echt schöne kräcklingteile sogar mit ein paar farbpixelchen und zwar machen wir jetzt mal das lightspeed sortiment was ich bei penny gekauft habe noch mal die disco fontäne und die silberfontäne mit eimer also für f1 recht schön richtig schön die silberfontäne auch mit richtig hart und kräckling wirklich wunderschön weiter geht's mit der green and blue fountain nächste fontäne aus dem lightspeed sortiment und zwar die tricolor fountain auch richtig schön mit verwandlung und jetzt die kräcklingfountain als nächstes testen wir mal die turbo brummer von komet hatte ich selber noch nicht das sind so xxl wirbel von wiko gibt es natürlich auch diese xxl brummer und diesen ähnlich groß man beachte wirklich wie groß die sind im vergleich von meiner hand also das sind richtig tolle teile so jetzt aber einzeln die teile haben richtig speed drauf ordentliches tempo so jetzt als nächstes gut so fallen gleich raus bengal mix von komet da bin ich mir echt gespannt wie diese teile die farb intensiv und wie leuchtstark die teile sind wir haben hier rot lila blau gelb und auch grün so jetzt so sehr lönchstarke, kräftige Farben, wobei jetzt die Brennndauer könnte etwas länger sein, so und jetzt kommen wir zu dem bekannten und berühmten Smiley Maxi Pack, fangen wir mal an mit der Red Green Fontaine. Als nächstes die Lemon Spider Fontaine. Es geht munter weiter und zwar Lemon Pink Fontaine. Ja, sogar mit Verwandlung in F1, das ist ja mal eine riesen Überraschung. Also das ist ja der Hammer, in F1 mit Verwandlung. Jetzt geht es weiter, Blue Star Fontaine. Alter, was ist denn hier los? Das Jugendfeuerwerk Kategorie F1 ab zwölf Jahre, also ich muss sagen, da kommt schon richtig Silvester F2 Feeling auf hier. So, jetzt geht es los mit diesem kleinen Teil hier. Das ist die White Pine Flower Fontaine. Und weiter geht es. Jetzt haben wir hier die Red Star Silver Pine Fontaine. Und jetzt nähern wir uns auch fast schon dem Ende von diesem Smiley Pack. Wir haben noch einen Silbervulkan und einen Goldvulkan. Hoffentlich funktionieren sie und explodieren nicht schon wieder. Und dann haben wir hier zum Schluss nochmal ein paar Luftpfeifer. Silbervulkan. Und jetzt noch der Goldvulkan. Mal sehen, hoffentlich funktioniert auch der wieder. Silbervulkan. Auf dann schauen wir die wieder alles! Deswegen machen wir hier jetzt komplett einen schönen Kreis draus. Und es gibt nochmal ein herrliches Jugendfeuerwerk Pfeif Inferno. Also ich habe hier zum Schluss nochmal ein richtig schönes Finale. Leslie Luftpfeifer. Das war doch ein schönes Finale. Das nächste Kinderfeuerwerk, Jugendfeuerwerk F1, einen weiteren Test erfolgreich abgeschlossen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vor allem auch die Einkaufstour vorher. Und ja, was soll ich sagen? Das Schöne an Jugendfeuerwerk ist ja, dass man es im Prinzip kaufen kann und direkt zünden. Also ab zwölf Jahre rein in den Discounter kaufen und dann kann man es direkt testen und alles ist ganz legal. Und ja, natürlich werde ich jetzt alles wieder fein säuberlich aufräumen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video.